Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast in einer neuen Folge meines Podcasts Leben Lieben. Ich möchte gerne eine Serie ankündigen, in der es um zwischenmenschlichen Kontakt geht, den wir ja alle haben. Also ist diese Podcast-Folge die Ankündigung dafür, dass ich die nächsten fünf Folgen über zwischenmenschlichen Kontakt spreche und darüber, wie wir Menschen es schaffen, Kontakt auch zu unterbrechen oder sogar zu stören. Ja und mit dem Hintergrund der gestalttherapeutischen Theorie werde ich fünf Arten von Kontaktunterbrechungen ein wenig näher beleuchten. Mein Anliegen bei diesen Folgen ist, dass du dir mehr darüber bewusst wirst, wie du dich selbst in Beziehung verhältst und wie du vielleicht auch manchmal Kontakt unterbrichst oder eben auch sogar, dass du verstehst, wie sich Menschen, die mit dir in Beziehung sind, im Kontakt mit dir den Kontakt stören. Ich habe für mich festgestellt, dass dieses Wissen dazu geführt hat, mich selbst besser zu verstehen und auch andere Menschen mehr zu begreifen und dass es mir die Freiheit gibt, dann da genauer hinzugucken und mich selbst zu erforschen und auch zu verändern. Dass so eine Veränderung nicht von heute auf morgen geschieht, das ist auch klar, aber es ist der erste Schritt, um in eine Veränderung hineinzugehen. Warum wir überhaupt manchmal Kontakt unterbrechen oder sogar stören, liegt daran, beziehungsweise lag daran, dass wir unter anderem Gefühle schützen mussten, als wir noch klein waren oder weil sich das eigene System bedroht fühlte. Menschen entwickeln dann Mechanismen und Muster, sich dann im Kontakt mit Menschen bemerkbar machen. Es hat wahrscheinlich mal einen guten Grund oder auch einen Sinn gehabt, sich im Kontakt mit jemand anderem auf eine bestimmte Art zu verhalten. Wenn es jedoch zu einer Unterbrechung oder zu einer Störung führt, dann wird deutlich, dass dieses Verhalten vielleicht gar nicht mehr so im Bewusstsein ist, aber heute nicht mehr förderlich ist, sondern eher hinderlich in Beziehung und im Kontakt. Ja, und wenn wir uns dieser Verhaltensmuster nicht bewusst sind, wenn wir sie nicht im Gewahrsein haben, dann verstehen wir auch oft nicht, was denn eigentlich gerade so schiefläuft. Also ist dieser Podcast eine Art Aufklärungsserie für deine Persönlichkeitsentwicklung, bei der ich dir ganz viel Spaß wünsche und viele Erkenntnisse. Du kannst dich auf mindestens vier Folgen freuen, beziehungsweise mit dieser Folge mindestens fünf Folgen freuen, denn aus gestalttherapeutischer Sicht gibt es fünf sogenannte Kontaktfunktionen, mit denen Menschen den Kontakt unterbrechen. Und jeder Einzelnen möchte ich gerne eine Folge widmen. Ja, und wenn du weiterhin Lust hast zuzuhören und neugierig bist, dann bleib dran, weil in dieser Folge spreche ich über Projektion. Ich möchte aber eben kurz noch auch die anderen Kontaktfunktionen zumindest einmal benennen, damit du sie mal gehört hast. Also über Projektion werde ich heute sprechen. Dann gibt es die Introjektion, die Retroflektion, die Konfluenz und die Deflektion. Hast du zumindest mal alle Kontaktfunktionen gehört. Und wie gesagt, heute möchte ich gerne über Projektion sprechen. Hast du bestimmt schon mal gehört das Wort und ja, was das genau bedeutet aus Sicht der Gestalttherapie und aus meiner Sicht und was ich für Erfahrungen damit habe, das erzähle ich dir. Und außerdem verlinke ich auch einen Blogartikel, den ich über Projektion geschrieben habe. Der kann auch interessant sein für dich, wenn du gerne liest. Also Projektion geschieht immer dann, wenn wir ein Bild auf jemand anderen werfen, also projizieren. Ja, Menschen projizieren oft dann ihre eigenen Gefühle auf andere Menschen, wenn sie sie bei sich selbst nicht wahrnehmen möchten und auch nicht wirklich wahrnehmen können. Eigentlich könnte man sagen, der Kontakt zu sich selbst ist erstmal unterbrochen, weil die eigenen, also die Eigenarten, die man selber hat, kann man bei sich nicht wahrnehmen, findet sie aber bei allen anderen Menschen. Das bedeutet aber auch, der Kontakt zum Gegenüber ist unterbrochen, weil wir nämlich das Gegenüber nicht so wahrnehmen, wie es tatsächlich ist, sondern mit den eigenen Interpretationen und Fantasien wahrnehmen. Wenn du zum Beispiel auch jemand bist, der immer wieder denkt, oh je, was denken die anderen von mir, also wenn du denkst, die anderen denken über dich, dann bist du schon auch in einer Projektion verhaftet. Und wenn du dich gerade angesprochen fühlst, dann kannst du ja mal gucken, wie es dir dann geht. Also ich kenne das auch sehr gut und ich weiß, dass wenn ich in einer Projektion stecke und die nicht wirklich im Gewahrsein habe, dass ich oft sehr unsicher bin im Kontakt mit anderen Menschen und ja, Unsicherheit ein Gefühl ist, was mich richtig einnehmen kann in dem Moment. Ja, also die Voraussetzung ist eben auch, dass es nicht im Gewahrsein ist. Sobald es schon im Bewusstsein und im Gewahrsein ist, ist es schon wieder möglich, auszusteigen aus der Projektion. Und eine Projektion von jemand anderem wegzunehmen, macht Kontakt mit sich selbst, aber auch mit dem Gegenüber wieder möglich. Vielleicht kennst du auch den Ausdruck, was man vom anderen sagt, das bist du selbst. Solltest du jetzt mit Empörung darauf reagieren, könnte es sein, dass du, ja, dass du in einer Projektion steckst und es macht wirklich Sinn, mal hinzuspüren, hinzugucken und wirklich zu erforschen, ob du bei dir selber etwas findest, was du über jemand anderen denkst oder sagst. Voraussetzung dafür ist natürlich die Bereitschaft, also deine Bereitschaft, zu bemerken, was du da tust. Nämlich, dass vielleicht Gefühle, die du in dir hast, nicht offen und ehrlich heraus dürfen und sich vielleicht ein bisschen verhüllt durch die Hintertür bei jemand anderem für dich sichtbar werden. Das muss nicht immer was Unangenehmes sein, das kann auch was ganz Angenehmes sein, dass du etwas bei dir, was Schönes bei dir nicht siehst, aber bei anderen siehst. Projektionen können im schlimmsten Fall in Beziehungen zu ganz großen Konflikten führen. Also ich persönlich merke, dass wenn Menschen etwas auf mich projizieren, was so gar nichts mit mir zu tun hat in Wirklichkeit, dass ich da fuchsteufelswild werden kann. Wenn ich es im besten Falle mit meinem Gegenüber ansprechen kann, können wir das auflösen, aber manche Projektion ist nicht wirklich aufzulösen und schafft Unfrieden und auch Verwirrung. Vor einigen Jahren, als ich noch in der Gestalttherapie-Ausbildung war, hatte ich mehrere Gestaltsupervisionen hintereinander, das heißt also irgendwie zweimal in der Woche bei meiner Supervisorin. Ich musste damals die Termine so kurz hintereinander legen, weil ich, ach, aus verschiedensten Gründen ist auch unwichtig, warum und weshalb, aus verschiedensten Gründen. Und ich hatte, ich sagte dann zu meiner Supervisorin, also nicht, dass ich dir noch auf die Nerven gehe. Das ist eine klassische Projektion. Ihre Antwort war, hm, gehe ich dir denn auf die Nerven? Ja, damals ist es mir echt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass meine Sorge eine Projektion war. Also sie war auch eine Unterstellung, aber auch Unterstellungen können Projektionen sein oder sind es möglicherweise. Und dann macht es Sinn, einfach mal den Spieß umzudrehen und zu gucken, würde sie mir vielleicht auf die Nerven gehen, wenn ich jetzt noch öfter komme oder mit ihr öfter im Kontakt bin hintereinander. Also es lohnt sich immer auch, den Finger, den man nach vorne ausstreckt, einfach mal umzubiegen, auf sich zu zeigen und zu gucken, was ist denn gerade bei mir, was ich vielleicht jemand anderem zuschreibe. Ich habe noch ein anderes Beispiel aus meiner eigenen Gestaltpraxis, ja, was ich gerne hier teilen möchte. Vor einigen Jahren arbeitete ich mit einem jungen Mann und wir stießen an das Thema Abwertung. Ja, und er berichtete mir, dass er auf allen Ebenen, also in allen Bereichen, in denen er unterwegs war im Leben, das Gefühl hatte, so beschrieb er es, das Gefühl hatte, abgewertet zu werden. Schon allein die Formulierung machte mich stutzig. Also ich habe das Gefühl, abgewertet zu werden, hat mich schon stutzig gemacht und im Verlauf unserer gemeinsamen Arbeit und als wir ein bisschen Vertrauen aufgebaut hatten, konnte ich ihn fragen, ob er sich selbst abwertet. Und ich konnte ihn auch im weiteren Verlauf fragen, wo er andere Menschen abwertet. Und aus dieser Arbeit wurde ein ganz berührender Prozess und es fand eine Veränderung statt in diesem jungen Mann, als er verstand, dass das, was er auf andere Menschen projizierte, dass das etwas war, was er eigentlich selber tat. Und seine Aussage war ja, ich fühle mich abgewertet. Und an der Stelle konnte ich ihn dann fragen, und was ist das tatsächliche Gefühl? Denn er kam ja im Laufe der Zeit, in der wir zusammen arbeitete, kam er immer mehr dahin, auch zu verstehen, dass er sich selbst abwertete oder dass er jemand anderen auch abwertete. Und so kam er wirklich in tiefen Kontakt mit sich selbst und das eigentliche Gefühl dahinter war Traurigkeit und Einsamkeit. Dadurch, dass er sich darüber bewusst wurde, dass er seine eigene Abwertung auf andere projizierte, hatte er immer dann, wenn er sich dessen gewahr wurde, die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ob er das tun wollte oder nicht. Sich selber abzuwerten, hatte er ganz früh in seiner Kindheit gelernt. Und auch das konnten wir angucken, als die Projektion so klar und deutlich wurde und als wir natürlich auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatten. Ja, Projektion. Projektion ist ja auch nicht unbedingt immer schlecht, weil wir, also Projektion ist eine menschliche Reaktion und ich sag mal so, von sich auf andere schließen zu können, ist ja auch grundlegend sehr kontaktvoll. Schwierig wird es nur dann, wenn nicht mehr bewusst wahrgenommen wird oder auch nicht überprüft wird, ob das, was wir über jemand anderen sagen, fühlen, denken, wirklich die Wahrheit ist. An dieser Stelle mache ich über das Thema Projektionen einfach mal einen Punkt. Ich weiß, dass man da so viel mehr noch drüber sprechen kann und das auch, ich sag mal, aufs politische Weltgeschehen auch beziehen kann, also man kann die Dimensionen, was die Projektion betrifft, wirklich noch sehr viel größer machen, aber fürs Erste mache ich hier einen Punkt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören und ich freue mich schon sehr, wenn ich in der nächsten Folge über die nächste Kontaktstörung oder die nächste Kontaktfunktion spreche und ich würde mich mega freuen, wenn du wieder dabei bist, wenn es dich neugierig gemacht hat und ja, wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere doch meinen Kanal und natürlich freue ich mich, wenn du eine gute Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar auf meiner Webseite und wenn du das Gefühl hast, dass du dich deinen Themen widmen möchtest, dass du dich erforschen möchtest, dich besser kennenlernen möchtest, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf in meiner Gestaltpraxis Raum für dein Leben. Kannst du mit mir online arbeiten oder du kannst mit mir vor Ort arbeiten. Sprich mich gerne an. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Hab's gut. Deine Andrea Sie? Die Vincent Dame